Hallo Fans, die Lotta und ich, wir haben uns heute eine ganz besondere Challenge für euch ausgedacht. Und zwar werden wir Nüsse knacken und das auf Zeit. Und wer als erstes fertig ist, der hat gewonnen. Und ja, Lotta, bist du bereit? Ich bin sowas von bereit. Bist du bereit? Ja, wir sind auch bereit. Super. Let's go. Zwölf. Zwölf? Zwölf. Die Schalen hier rein, die Nüsse hier rein. Da rein. Ganze Nuss. Ganze Nuss. Schale hier. Okay. Drei, zwei. Das Ding ist viel zu klein hier. Ich habe es schon lange nicht mehr gemacht. Kann hier auch ein bisschen Abfall liegen bleiben. Also mal im Schluss. Ich habe mehr Abfall als nicht. Ja, da muss ich schon mal verkaufen. Okay. Normalerweise kaufe ich die immer geschält. Ich glaube, das kann ganz schön lange dauern, oder? Nein, das ist nicht. Ich bin da schon fertig hingucken. Ja, ich bin schon bei der zweiten. Ja, ich auch. Wie? Ich bin schon bei der dritten. Oh, okay. Oh Mann, ey. So, Lotta, wo feierst du Weihnachten? Zu Hause natürlich. Wo ist zu Hause? In Nienburg, an der Weser. Am Heiligabend. Immer mit meinen Eltern und meinem Bruder. Und dann am ersten Weihnachtstag geht es zu meiner Oma. Wo wohnt die? Die wohnt auch dort. Ja, und am zweiten Weihnachtstag geht es zur Familie von meiner Mama. Weil die nämlich so viele Geschwister hat, wird das immer in Riesenfamilien treffen. Das ist ganz cool. Ja, und wie sieht es bei dir aus? Ich feier auch bei meiner Familie in Düsseldorf. Ja, weitere Pläne habe ich bisher nicht. Okay. Auch gut. Urlaub scheiß aber nicht. Nee, ich auch nicht. Ist ja auch nicht so viel Zeit, ne? Nicht so stressig. Kann man die hier auch bewegen, oder? Wie viele hast du denn noch? Nicht mehr viele. Ich bin zu langsam. Ich bin schüttender. Ich finde es ja auch, dass die aus dem Gehirn in den Gästele. Ich stelle meine, diese sind auch gut fürs Gehirn. Ja, die sind auch gut fürs Gehirn. Die trinken die auch immer von dem Spiel, oder? Ja. Das stimmt. Also wichtig für euch zu Hause, esst viele Nüsse, die sind gesund. Aber nicht zu viele, weil zu viel ist auch nicht viel, ne? Genau, die haben auch viele Kalorien. Ja, also nicht nur den ganzen Tag Nüsse, die ist schlecht hier. Die muss weg, die muss in Ordnung. Ich glaube, die Leute brauchen eine neue Nüsse. Nee, passt schon. Ich zerstöre mal das ganze Ding hier. Ich komme mir vor wie ein Läppchenhörnchen. Ja. Okay, da ist ja noch aus. Zwei. Ich bin jetzt mal ran, da halt hier. Komm schon. Oh, das braucht man auch weiter. Zack. Nein, nein, nein. Nein, nein, nein. Jetzt kriege ich so nicht auf hier. So, muss ich jetzt hier noch aufräumen. Sertig. Ja, Lotta. Woran hat das gelegen? Ja, das fragt man sich, ne? Woran es gelegen hat. Das war nicht so schnell, ne? Nee, ich war nicht so schnell. Und du hast, die Lotta hatte eine faule Nuss, das kann man sagen. Ja, ich hatte eine faule Nuss. Kann man ja trotzdem rausholen, ne? Ja, aber die hat mich ein bisschen, die hat mich aus dem Konzept gebracht. Da wusste ich gar nicht, da war ich, ja, das war zu langsam. Okay. Glückwunsch auf jeden Fall. Dankeschön, es hat mir ja sehr großen Spaß gemacht. Ja, mir auch. Ich hoffe, ihr hattet auch ein bisschen Spaß beim Zuschauen. Und ja, wir wünschen euch frohe Weihnachten, ein schönes Fest. Und denkt dran, ordentlich Nüsse knacken. Genau. Bleibt gesund. Tschüss. Tschüss.